Gibt Leute auch große oder sowas? Ups, ich darf nur nicht springen, shit, jetzt ist das Ding kaputt So, Kupfer, was brauchen wir noch wahrscheinlich? Tetch Structures? Putten? Ja, Tetschenholzer noch, also 500 Steckholzer noch ein bisschen Tetschenholzer Hier angebrannt, das Arme fähig Ich habe jetzt nicht die beste Insel, um die Volturen zu ärgern Also hier gibt es teilweise ziemlich viele Ach, scheiße, Mann, ich kann gar keinen Tetch abbauen, weil meine Spitzer geschrott ist im Moment gerade Aber erstmal Holz Das war das Nebenbordock Rells, ne? Auf jeden Fall Hält sich die Insel gerade mit Holz und Grin Fäumen, wenn wir hier sind Fäumen gibt es hier gar nicht, oder? Doch, irgendwo hier, ja Also irgendwo gibt es hier welche Kapiti So, die Einen Fäuber kann man, wie schon gesagt, auf der Antoninsel jederzeit her exportieren In der Bär hat auch dabei, hast du noch Gibt irgendwo Fäuber, also ich hatte also eine Mal auch die Jute hier selber gesammelt, wo ich mal organische Paste hergestellt habe Willst du ein bisschen Tetch, Ina? No, hast du ja gesagt Ja genau, das ist gut Nimm den Bär mit, weil ist er wieder ein Stück Ja, ich lauf nur 2 Meter jetzt gerade hier Mir geht es erstmal nur darum, ich baue gerade Ich guck erstmal, wie ich mich weiterbaue Deswegen suche ich hier das nur das wirklich Notwendigste gerade Jetzt langt mir mit dem Holz hier schon Ja Ein bisschen Tetch halt Brauchst du noch mal lieber Bäumeabschlag auf mit den Bären hin? Das nehme ich so schnell Ja, das dick nur vollkriegen Ja Weiß jemand noch die Insel, wo wir den Luth hergeholt hatten? Den was geholt? Ja, wo wir da so extrem viel, wo immer am Boden gewachsen ist Äh Du meinst Riebort? Ja, ne ne, das Tetch meine Ich muss mal gucken nachher Ja, weil da lohnt es sich irgendwann einfach mal mit dem Cargo-Chip hinzufahren Bären an Bord, na, eine Ladung voll herzuholen Weil das Cargo-Chip ist schon recht flink Also Danke, dass ich noch Mal steigen, da kannst du hier hinten aufsteigen, musst du zurücklaufen Ist keine Kanone hier drauf Ein Alpha-Strauss da drüben links Oh, meine Feuerfeilerhose, ich hab die falschen Feiler drin Wir lassen das mit dem Tor wissen, bevor ich hier weiterbaue, also Oh, ob ich es noch breiter bauen muss, oder nicht? Oh, ob ich es noch breiter bauen muss, oder nicht? Ich muss sie totkriegen, bevor sie mich totkriegt Das Krokodil? Ja Ja Ein Schuss Weiß, ich treffte schon nichts passiert, da ist sie tot, tut Meine Feile wieder her Was? Und jetzt machen mich die Adler kaputt Gut, nun Ich hau doch, ob es euer Fleisch behaltet Du Gnochenbruch, oder was? Ne, die haben mich doch nicht angegriffen, die kamen nur so übel schnell angefetzt Die machen das Schrauber weg Wenn danach dauert, dass der Wechsel immer den Gnochenbruch hat Tate springen Ne, es ist kurz geworden, dann ist es schon wieder geheilt So Batsch, wo ist ein Gateway? Okay, ich habe keinen Anhaltspunkt hier Also muss ich noch so ein Dings bauen Davon was Davon was Freiber noch Und wo sind die Dinger? Wurde 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 Ich komm auch mit den Bären und sammle Tätsche, aber ich wollte das noch mal, mein Zeug, aber ja, ich mach zurück. Wir müssen uns wieder nix mehr Tätsche sammeln. Wir brauchen mehr Tätsche als Holz. Aber der Elefant ist auch einsatzbereit, wenn's so weit ist dann. Geil, Koffi kommt ja wohl. Doch mal fünf. 48, um genau zu sein. Ach ne, warte mal, ist schon da nicht ganz. Ganz so viel. Sobald der Baum abgeerntet ist mit den Elefanten, verwandelt sich die Grafik in übelst Bullshit. Anderefanten Unde bei der Baum die Grafik in die Grafik mit den Sandstern.